ich bin martin brambach schauspieler und ich habe im letzten jahr angefangen solidarisch mit dem finger auf andere leute zu zeigen ich bin ein eher unsicherer mensch und brauche klare regeln und es tut mir gut wenn ich andere darauf hinweisen kann was sie falsch machen und es gibt ja ständig neue maßnahmen und regelungen ich halte mich immer auf dem laufenden da bin ich der erste der das weiß und kann den menschen in meiner umgebung sagen was sie falsch machen besonders freue ich mich wenn ich jemanden ohne maske erwische den mache ich fertig dem sage ich dann dass er ein rücksichtsloses arschloch ist das ist für mich gelebte solidarität am ende ist das gut für uns alle bleibt gesund bleibt solidarisch haltet euch an die corona maßnahmen der bundesregierung